Und da sind wir wieder, bei Let's Play, Let's Play... ähm, ja. Und dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Nein! Nein! Ich finde einfach nur die Aussicht total schön. Ähm, wo müssen wir lang? Das war so klar. H-halt! Ende des Vakuums. Ne! 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 Du bist Arrangel! Ich will da nicht lang! Ich will da nicht lang! Ich geh da nicht lang! Halt! Den! Ah, verdammt Gibt's hier irgendwo Munition? Munition, wo muss ich denn lang? Das war so klar Das war mir einfach klar Ja, komm Ich hab keinen Bock, dass die dann Zu diesen Viecher werden Ich geh einfach hier nur auf Verdammt nochmal Na komm, mach einen Abflug, Digga Renn Komm hier durch Komm, komm hier lang Komm hier lang Komm hier lang Ah, sag ich doch, hab ich mir nur Ja, ist der Feinhunger, ey Ja, lass den doch einfach los, Mensch Siehste Und jetzt Ah, was hast du davon? Gut, dann kann man So, können wir die gleich nachladen Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang Auf, komm, scheiß drauf Entweder gibt's hier immer was wertvolles Oder man hat echt gelitten So, was haben wir da liegen? Was haben wir da noch drinnen? So Das hat sich bestimmt gelohnt Nämlich so gut wie gar nicht Nein, nein Nein, nirgends Wurde Boah, ist alles gut Kann nun auch Da Ich weiß Okay Alles gut Ich weiß Wir sollen da lang Aber ich brauche Munition Siehste Das hat sich doch gelohnt Kann er die Die kann er nicht öffnen, ne? Ey, ich hasse Luftschächter Die Typen machen nix mehr gut Der macht auch nix mehr Wir finden gerade momentan echt viel Geld Okay Hat es sich doch gelohnt, da mal reinzugucken Ich geh nur auf Nummer 6 Nummer 6, ja Was? Wo? Alles klar Ah, und da müssen wir wahrscheinlich Da geht's aber auch nicht Ich versuche etwas Ah, okay Da kommen wir dann nicht hin Ja, komm hier drüischen Ach ja, hier Da vorne liegt noch was Das nehmen wir mit Wie im Inventar aus voll Ähm, wo ging's hier denn nochmal zum Inventar So Äh, nein 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 So, jetzt Ähm, was brauchen wir denn nicht mehr Warum ist unser Inventar schon voll? Ach ja, das deswegen Das brauchen wir sowieso nicht Wenn die mir das Das Steroiden-Abwehrsystem ist online Gut, genug Energie Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline Legt sich an einem Kabel Bis ich das ersetzt habe, müssen sie die Kanone bedienen Und manuell Ich hab hier grad andere Probleme, Mann Echt jetzt Kann ich nur immer nach ihm gehen Huh Da gibt's ja noch Ach, in der Tür waren wir Gut, die sind dann noch Ja, ich muss auch da lang Ich weiß ganz genau Gut, ich weiß noch nicht Ach ja Und was gibt's da dann Ach ja, guck mal an Guck mal an Hier können und So Wir wissen Ja So Ja So Ja 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 Okay, genug Guckt Wir speichern hier nochmal Zur Sicherheit Bevor wir das nicht mehr können So Ja Ich glaub, wir müssen zur Ebene 2 Jetzt heißt es wieder warten Warten Und warten Und warten Noch nie Nö Ich glaube, wir müssen Ja, flüster mir jetzt noch mal. Wir speichern hier noch mal. Ja. War klar, dass wir jetzt da lang müssen, ne? Ich will hier nicht lang. Ich will da nicht lang. Hm, schade, ich hab gedacht, man sieht das hier nicht. Ah doch, man sieht es. Hier ist alles so eng. Isaac, Sie müssen über das Schiff's äußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung rum, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Alles klar. Was liegt denn da? Ah. Oh. Ähm. Jetzt müsste Blödsinn. Soll ich, soll ich nicht? Ich will nicht sterben. Und wie es weitergeht, seht ihr bei der nächsten Folge. Und, ja. Tschüss. Und wie ist das? Ja.